Die IAA kommt nach München. Eine neue Stadt, ein neues Konzept und ganz neue Möglichkeiten. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, hoppla, da verändert sich was. Und genau das wird auch passieren. Und das Beste, der Startschuss ist schon jetzt. München wird ja auch mal gerne als die nördlichste Stadt Italiens bezeichnet und ist bekannt für seinen Lifestyle, seine Offenheit und seine Menschen. Und genau das macht die IAA auch. Eine reine Automobilmesse ist Geschichte. Von jetzt an geht es um alle Themen rund um die Mobilität der Zukunft. Dafür gibt es ein völlig neues Konzept. Die IAA öffnet sich für alle Bereiche und kommt zu den Menschen in der Stadt oder auf der Straße. Im Open Space geht die IAA in die Münchner Innenstadt. Die Menschen müssen nicht mehr zur Messe. Sie kommt direkt zu Ihnen. Ob am Marienplatz oder Odeonsplatz. Überall können Sie sich direkt mit Ausstellern oder Visionen, Innovationen und Lösungen austauschen. Schwerpunkt ist dabei Entertainment. Nicht nur reden, auch erleben. Auf der komplett neuen innerstädtischen Teststrecke Blue Lane wird Nachhaltigkeit großgeschrieben, erfahrbar gemacht. Auf der Verbindungsstrecke zwischen Summit und Open Space werden Probefahrten für alle neuen nachhaltigen Modelle angeboten. Eine völlig neue Dimension von B2C-Kontakten. Und die neue IAA steht für Nachhaltigkeit. Es wird dafür gesorgt, dass möglichst viele Mobilitätsentsätze, auch nach dem Messe-Event, noch nutzbar sind. Also ich bin schon gespannt auf die IAA 2021 in München und ein schönes Fest. Ich freue mich drauf und wir sehen uns bald.